Die Phase für mich persönlich ist, glaube ich, ganz gut in den letzten Wochen, das stimmt auf jeden Fall. Die beste Phase vielleicht, weil es Bundesliga ist, aber ich glaube meine persönliche beste Phase bzw. gute Phase hatte ich auch in der zweiten Liga über einen langen Zeitraum, aber im Moment läuft es ganz gut für mich. Das sagt ihr mit Unangefochten, das weiß man nie. Ich kann nur sagen, im Fußball geht es ja ziemlich schnell. Einmal bist du so, einmal so. Im letzten halben Jahr in der letzten Saison war es ja nicht so. Da hätte dir etwas ganz anderes gesagt. Ich arbeite jeden Tag am Platz ziemlich hart. Ich glaube, ich arbeite auch im Kraftraum ziemlich viel und mit ein bisschen Vertrauen. Was ich auch bekommen habe, zum Beispiel wenn ich jetzt vielleicht nicht richtig, richtig gut war, glaube ich, kommt der Flow dann ganz von alleine. Und wie gesagt, ich arbeite sehr viel an mir, versuche diesen Spaß weiter aufrechtzuhalten und dann wird es auch so weitergehen. Auf der Sechs macht der Jens das ja vor allem für mich persönlich richtig, richtig, richtig gut. Ich glaube, mir macht Riesenspaß, einen Spieler auf so einer Position dann auch zu sehen, mit ihm zu spielen. Jens gewinnt halt fast jeden Zweikampf. Das ist extrem wichtig für den Spieler, für mich auch, dass ich dann vielleicht nicht immer dazukommen muss, weil Jens einfach, weil ich mich ein Stück weit verlassen kann auf Jens, dass er den Zweikampf findet. Oder auch Leo in den letzten Spielen, wenn er ein bisschen defensiver war, wenn die Gegner mit Dreierkette gespielt haben. Ja, die nehmen die Bälle weg und dann bin ich vielleicht schon in einer Position, wo ich dann die Wege nach vorne machen kann, umschalten kann. Ein Riesenspiel, ich glaube, für uns Österreicher sowieso immer ein Riesenspiel gegen Deutschland. Jetzt auch noch in Wien vor ausverkauften Haus dann zu spielen. Es sind Gänsehaut-Momente für den Österreicher auf jeden Fall. Zu DM in Deutschland, habe ich eh schon oft gesagt, ist einfach traumhaft dabei zu sein, sich so mit so einem Vorsprung qualifiziert zu haben, sogar vor der Quali Ende. Ja, also wir freuen uns riesig drauf und ich persönlich werde alles dafür tun, dass ich da dabei bin. Wir sind in gutem Austausch, immer wenn ich da bin. Ja, es ist extrem positiv, mit mir umgeht. Auf jeden Fall sehr ehrlich und offen kommuniziert, auch wenn ich mal ein schlechtes Spiel gemacht habe, zum Beispiel bei Can dann, wie ich in der Halbzeit rauskomme. Ich glaube, er hält sehr viel von mir. Natürlich ist für jeden Spieler, vor allem auch Kapitän hier bei Werder Bremen, weil es so ein großer Klub ist, das Ziel Nationaldeam zu spielen. Marco geht mit der Situation, glaube ich, sehr gut um. Gibt auch Woche für Woche alles, dass er, glaube ich, dabei ist. Ist leider nicht meine Entscheidung. Ich kann dazu nur sagen, dass er alles dafür gibt und auch, wenn er dabei ist, immer 100% geben hat. Beim Nationaldeam, wenn er nicht dabei war, er wird sich sicher weiter versuchen anzubieten. Vielleicht kann man dazu nur präsent sagen, dass ich jetzt ein bisschen präsenter bin, aber ich kann mich noch erinnern an eine BK von Flo Kohfeldt, wie er hier Trainer war. Er hat gesagt, ich bin der beste defensive Offensivspieler, weil ich im Zweikampf einfach extrem gut bin. Im Training sieht man es immer. Vielleicht hat das einfach mit positiver Körpersprache, Ausstrahlung jetzt zu tun, dass es vielleicht mehr auffällt. Vielleicht ist es ja wirklich mehr, dass ich mich noch mehr behaupte. Aber ich glaube, im direkten Duell kann es schon sein, dass es an Kraftraum auch ein bisschen liegt. Aber ich glaube, im direkten Duell sieht man auch beim Turnier, zum Beispiel im Training, da war ich wahrscheinlich immer schon ganz vorne dabei bei uns. Navi wird mich auf jeden Fall besser machen, wenn er spielt und wenn wir gemeinsam spielen. Man versucht, sich Dinge abzugucken, wie schnell er im Kopf ist. Teilweise sieht man, im Training ist unglaublich. Ich versuche, alles mitzunehmen und natürlich, wenn dann ein Spieler kommt, der das Standing hat, immer zu spielen. Natürlich muss man dann vielleicht noch ein paar Prozent mehr geben. Wobei, auch das habe ich jetzt mitbekommen, in meinem Kopf wird es auch nichts daran ändern, wenn jetzt Navi nicht da wäre. Also momentan bin ich so weit, dass ich sage, ich muss immer an mein Limit gehen, was vielleicht nicht immer so war. Und deswegen hilft es natürlich, aber es wird sich auch nicht ändern, wenn er nicht da wäre. Erstens haben wir zwei super Tor-Männer. Plus man muss halt jetzt, die letzten Spiele kann ich schon beurteilen. ZD macht seine Aufgabe sehr, sehr gut, ist sehr präsent, hat eine Top-Ausstrahlung. Und deswegen kann ich nur sagen, Hut ab auf Z ist seine Leistung. Aber wie gesagt, wie das dann weitergeht oder irgendwie möchte ich mich nicht dazu äußern oder kann ich auch nicht. Aber es sind zwei sehr, sehr gute Tor-Männer. T Bruno Größen Bis zum nächsten Mal.